I just wanna stay is all it will take Oh no doubt in history remember me for centuries Hey, yeah, yeah Willkommen zurück zu einem neuen Dukan Battle Video Da wird heute eine etwas andere Aufnahme Beziehungsweise auch ein bisschen, obwohl Qualität technisch dürfte das nicht so viel schlechter sein Die Facecam fehlt und sonst, na sonst dürfte es eigentlich gehen Weil, das kommt online die Tage, beziehungsweise die ganze Woche jetzt die nächsten Videos Und wie ihr mitbekommen habt, gab es am, weiß mich nicht lügen, am Mittwoch, nee Montag einen Stream Und das alles passiert im Urlaub Heißt also ich habe keinen Computer, zwar eine Facecam im Laptop Und aber halt wie gesagt nur einen Laptop zur Verfügung Also nicht ganz so angenehm, ist auch gar nicht ganz so einfach Hier mit Platztechnisch und Hitze, Wärmetechnisch Deswegen wird das, also Facecam hätte ich im Computer eingebaut Aber es ist viel zu warm einfach so einen kleinen Raum modernen Facecam anzumachen Dementsprechend wollte ich euch nur vorwarten Aber sonst, aber sonst, deswegen sind wir nicht hier, nein, 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 nein Sondern, wir sind heute endlich im LRW-G-Tour Wenn aber oft ich zwar ziemlich gehypt bin Wodach ich aber nicht ganz so sehr klinge, weil Ich weiß nicht, ich bin im Urlaubsfeeling Ich kann nicht ganz so sehr so umschreien, wie ich es sonst gewohnt bin und gerne tun würde Enthusiasmus ist, also Es ist da, aber Man kann hier nicht so sehr zum Ausdruck bringen Des Weiteren tut es mir leid, falls das Mikro ein bisschen komisch klingt Weil ich habe zwar mein Schlau wie ich bin Ich habe nämlich Schlau wie ich bin zwar mir ein Mikro-Stativ für unterwegs gekauft Ja, aber ich habe das Ding, womit ich das dann am Stativ festmachen kann Natürlich nicht mitgenommen, also schlau bin ich schon mal ziemlich, aber Das dürfte trotzdem hoffentlich gehen, wenn ich mich nicht so heftig bewege Es liegt nämlich vor mir einfach auf dem Bett So, das ist Vegeto Männer Ich musste mich den ganzen Tag übrigens zusammenreißen Es ist jetzt schon 9 Uhr und Naja, wenn man seit 9 Uhr wach ist und jetzt 10 Stunden quasi wartet Ist das schon, oh Gott, wir gucken einfach mal schnell durch LRW-G-Tour in seiner ersten Form Sprich Goku und Vegeta zusammen Noch als ihren Teelieder Natürlich der Hauptwunsch für heute, absolut Dann Super Saiyajin 2 Goku, Angel Mit Super Saiyajin 2, naja, nicht Super Saiyajin 2 Marge und Vegeta Nette Chance, aber wollen wir heute eigentlich nicht sehen Dann die neuen Goku und Vegeta Tech und Physisch aus der Saiyajin Saga Auch nette Chance, aber muss nicht sein Super Vegeta, wäre okay Und Duke würde ich auf jeden Fall dankend annehmen Aber wenn, dann bitte LR-Vegeto Super Vegeta, AGL Juckt mich absolut nicht Physisch Super Vegeta, Blue Ist okay, könnte ich nehmen, aber naja, muss nicht sein Dann noch ihren Ticket, Bufan, den ich inzwischen auch genug hab Bufan hab ich 100% und Bufu An sich also ein ziemlich, ziemlich gut bestücktes Spanner, wie ihr seht Und, da ich eh nicht so viel Zeit habe Werde ich mal gar nicht so lange rumlauern wie sonst Obwohl, das ist wahrscheinlich schon eine ziemliche Weile Und wir gehen in den ersten 30er Multi rein Weil, es gibt hier glaube ich 30 Ja, keine Ahnung, es gibt 3 Steps Dann gibt's irgendwie ein Free Multi Und danach gibt's wieder Steps Und die wiederholen sich dann immer wieder Aber wir kriegen auf jeden Fall bei jedem aus den Free Multi Tickets Was also bedeutet, doppelt so viel Spaß im Endeffekt Und, oh, Rainbow Release Der Grundfall, weil ich frag auch, dass es so flüssig läuft Im Vergleich zu dem Stream Weil ich das hier grad am Handy aufnehme Weil ich mich entschieden hab, ich möchte keine Qualitätsverluste haben Ich werde es dann am Laptop zwar aufwendiger zusammenschneiben Und rüberschicken alles Aber so hab ich die Garantie, dass nichts in der Aufnahme irgendwie schief läuft Und wir starten rein mit Tech, 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 Tenjin Han Wundervoll Dr. Gio, Dead Summle sind ja Gott sei Dank tot inzwischen Ich meine, ich nenne sie immer noch Dead Summle Wenn der letzte SSR einfach nur ein non-featured Weak Dude ist Aber in sich können wir nicht mehr so hart enttäuscht werden, glaub ich Nail Soviel dazu Ich sollte mein Handy nicht so nah an das Mikro halten Ich sollte versuchen allgemein, das Mikro nicht so sehr irgendwie Belastung auszusetzen Da war die Schlagschattentruppe, Tenjin Han Ah, sieht mir nach so nem Dead Multi aus Nette Sache C18, okay, schön Oh Okay, wow Wir beenden mit nem Feature tatsächlich Die Chance dafür waren 5%, das heißt du hättest Oh nein, Moment Ah, hier ist der Non-featured SSR garantiert Ich wollte grad sagen, nämlich die Garantie am Ende nen Featured SSR zu bekommen Seinem Multi ist 5% Und 95 irgendwie, dass es non-featured ist Wir haben schon mal einen aus dem Banner tatsächlich Willkommen, den Tech Goku Wenn ich mich irre, war es doch gar nicht so schlecht Ich habe nicht auf JP nie benutzt Der TechDefend 70 und Performing Super Tech G plus 5, G plus 5 Ach, wenn, wie low, ich wollte grad sagen Wenn es above ist, ist es ziemlich gut, aber Auch an sich ist das ne gute Karte Hm, hab ich Bock irgendwann mal zu testen Kommt bestimmt ein Showcase zu Gut, der erste Multi war ein kleiner Griff ins Klo Den da hinten, also den Android beachte ich mal einfach gar nicht Der Goku ist ja immer noch ganz okay Wir machen einfach weiter Vier Schiffe Okay, super Seiten Wie ihr vielleicht auch gesehen habt, habe ich nur um die 500 Zolls auf dem Account Ich wollte mit 2000 so ungefähr reingehen Habe ich euch immer wieder gesagt Aber Yonku So wie der Sheet ETC sind leider nicht online Heißt, das ist für mich gerade eine ziemlich scheiß Situation Ja Und der STR Goku Zum Start Ist also für mich nicht ganz so nice Wenn man so bedenkt, dass das quasi Das ist das Prinzip von damals War das bei Vigitu Blue so oder beim Ultron Stinkt? Auf jeden Fall, ich glaube bei beiden sogar Wo man nichts kaufen konnte und ich mir dann so dachte Top Top, top, top Ich hätte bei Yonku früher bestellen sollen SR Yamchu Buff, uh Kann ich auch nicht mehr gebrauchen Mein Kind ist bloß auf SR10 und sonst farme ich keinen Barberpoint, Vegeta Ich will nur den Vigitu Oh Gott, verdammt Ich würde gerade sagen, ich will nur den Vigitu Dann bin ich zufrieden Der Vigitu Meine Fresse Jetzt habe ich Goku und Vegeta tatsächlich bekommen Aber nicht Vigitu Können die sich nicht fusionieren Oh Rage Goku Nett Können die sich nicht einfach zusammentun Dann habe ich die Karte doch quasi Ich meine, das ist doch unfair Ah, das Gegenstück zum Goku Natürlich, was denn auch sonst war Meine Güte Du hast wahrscheinlich dieselbe Passive Tatsächlich Ah, er kriegt Defense dazu unter 50% Also ist Goku ein Stück besser Na toll Gut Wir haben quasi schon ein Ähm, Duo Also von Goku und Vegeta Hoffen wir jetzt noch auf das richtige INT-Vigitu Ich hatte eigentlich vor, bei beiden Bändern zu handeln Aber momentan sehen die Stone so aus Dass ich mich eher auf Vegeta konzentrieren werde Weil ich den unbedingt haben will Und Vegeta Zwar auch, aber nur bedingt Zartan links Oh Wir kriegen den Crackscreen Nett It's over, Freezer Nette Sache Tut mir leid, wer hat noch Geräusche mit der Gott hört Wir kriegen als Starter den Heizfluss in Vegeta Zartan hat nur Doppel-SSR Ich hoffe, das ändert sich nicht Ich hoffe, dass wir Vegeta bekommen Ah, noch eine nette Rare-Welle Ah, das war Jim Bali Grüße an Zizi Perfect Cell Android Mr. Wu Nein Kurzer Prank Kurzer Härte Attacke Der Blue-Physisch-Vegeto Wenn du wenigstens Tech wärst Ja, jetzt kann ich den Blue weiter dupen Aber das bringt mir auch nicht mehr so viel In der heutigen Zeit Meine Fresse Oh Mann C18 Wir haben noch die Chance auf Vegeta Nix ist verloren Es wäre so krass, wenn wir den letzten Slot bekommen könnten Wo der 5%ige Chance hat Nein, soviel dazu Welch ist der SSR Physisch Trunks? Hm, lovely Drei Tickets nochmal Okay, wir haben jetzt den Free Summon Und ich weiß nicht, ob wir da noch einen machen werden Oder vielleicht noch Tickets machen werden Ich werde das allgemein nicht Ich glaube, zwei, drei Parts werden daraus werden Sind halt immerhin 500 Stones Das ist ganz nett Wir werden mal sehen Satan rechts Super Saiyajin Okay, auch vor allem aus den Tickets Ich glaube, wir werden die Tickets dann erst in einem separaten Video machen Ich werde die dann wohl ansparen Oh, ist das laut Wir starten rein mit Jajirobi Dem nackten Lost GT Bitte keine Rarewelle Es ist der Rarewelle Ah, SR-Android 16 Wagsuit Gohan Du spiel langsam, kriege ich Angst Buffbu Ginyu sieht mir nach dem ersten, in Anführungsstrichen, Dead Summon aus Master Roshi Ah, das war der letzte, oder? Der physische Blue Goku Wieso bist du nicht der AGL wenigstens? Mann, 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 Alter Das war ein Bullshit Okay, dann würde ich sagen Gehen wir zum Abschluss Group Summon über Heißt, nehmt euch ein Spiel eurer Wahl Das 3-Jahres-Bänder-Wahrscheinlich-In-Druck-Am-Battle Wie ich euch kenne Und macht euch bereit für den Abschluss Summon Ein Schiff Okay, runterziehen Und mit mir auf 3 gemeinsam loslassen Eins Zwei Drei Hey, wieder ein Quackscreen Zum Ende ganz nett Und jetzt bitte Je früher ich ihn bekomme, desto früher kann ich das Banner wechseln Thank you Dragon Balls Und es startet mit Ah, Tech Gohan Der mich immer noch triggert Ich denke erstmal Es wäre ein normaler Ultimate Gohan Dann freu ich mich gut Der STA ist nicht mal gefeatured Der ist Oh, kommt er wieder Fausa Bafbu, es reicht Whis hat sein Awakening irgendwann Ist also ganz okay in der Zukunft Shenzhenhan Goten Trunks das Gegenstück wahrscheinlich noch Nein Oh Gott, oh Gott, oh Gott Wird wieder ein Dead Multi Ich sehe schon Ciao Ey, es ist halt wirklich nicht lustig Und STR Blue Wie geht das? Ich bin ein bisschen enttäuscht Das heißt, ein bisschen Wir können uns ja mal wenigstens die Tickets ansehen Benutzen wir Hallo Sag mal Ich glaube, mein Internet stirbt Ich glaube, wir können uns die Tickets nicht ansehen So, doch können wir Wir haben Ich muss mal alles annehmen Ja, ich weiß, dass ich keinen Platz habe für die Jars Immerhin haben wir 13 Tickets bekommen Bei 10 kann man eine Multi machen Wenn ich das nicht mitbekommen habe Und das ist auch nochmal ein interessantes Video Aber gut Heute haben wir da nichts gezogen Vielleicht ändert sich das ja Schreibt mir gerne in die Kommentare Was ihr gezogen habt Auch wenn ihr das schon beim letzten Video getan habt Ich habe es gesehen Also Glückwunsch an euch Ich habe auch sehr viele Twitter-Tweets Natürlich Twitter-Tweets Tweets natürlich schon bekommen Also Glückwunsch Und ich hoffe Wenn wir uns wiedersehen Habe ich genauso Glück Wenn es euch gefallen hat Würde es mich natürlich freuen Wenn ihr ein Like da lassen würdet Genauso auch ein Abo Falls ihr noch so auf diesem Kanal Beziehungsweise direkt die Glocke aktivieren Und das würde ich sagen Sehen wir uns morgen wieder Bis dahin Haut rein Vielen lieben Dank fürs Zusehen Tschau Nobel Und Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal